da war da so eine blaue waffe die man aufnehmen konnte bei wem bei dem assassin bei dem bei dem davor bringen ohne mit einem sniper um die ecke habe ich schon in der hand ich sterbe hier nicht mehr was ist das für eine scheiße ehrlich stirb doch mal meiner wenn du mich jetzt noch etwas nach das war richtig nice von dir keine lust lassen für sirene ich habe was für dich hatte maximal magazin größe maximale gesundheit erhöht sich dadurch naja komm was selbst steht mit nahkampf im nahkampf töten okay bist du schon wieder hingelaufen und muss weitergehen sollte ja klatsch klatsch muss aber sofort wieder nachladen neben länger mit eridierung was haben wir denn hier schrotflint und das und ja gleich wieder schrotflint deinen sacken spielte eh nicht mit naja du mir hier auch na komm ups war ich nicht ruhig bleiben machst du schon da kommt eine granate oder wirf mich mit ich denke mir die scheiße ab wow scheiß granat ne man war das ein psycho oder war das eine granate ich weiß es auch nicht ey ich will auch durch köpfe charakter stein nicht mehr mit dem weg nnein mir egal ja es sind psychos two 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 die still beurer vi das war ich jan war stück doch mal Was ist der Typ hin? Ja, der wäre schon gestorben. Ich habe nur nicht gerechtzeitig mehr... Boah, ey, diese scheiß Granaten, ne? Scheiß abgefuckten Messvieger. Ah, mein Witz. Bye. Ja. Ja, wie die sich immer selbst in die Luft jagen müssen, ne? Das ist geil. Schaffst du das? Da stehe ich richtig drauf. Ja, ja. Das schaffe ich schon. Ja, gut. Oh, ja, weißt du dann... Boah, Alter, kommt noch... Ja, hier vorne noch mehr, genau. Ja, weißt du doch... Hier, gibt es kein Wasser aus dem Maul. Ball hat er doch mal nach. Vielleicht tot. Ich wollte gerade fragen, ob du den erledigt hast. Hm, von da. Ich treffe ihn mal nicht wirklich. Ich müsste es mich mal hochholen. Jetzt schuldest du mir! Oh, oh. Schön. Die ist fast, ne? Ich bin wieder da, Arschlöcher! Ich habe ihn gekriegt. Jetzt wenn... Ja, ja. Jetzt bist du vielleicht erst den Korn der Typ kommt. Ja. Das hat sich schon Tor geöffnet. Auch nö. Boah, Alter. Okay. Töte aus der Szene Red. Wie müssen wir den denn töten? Na, Kampf. Na, Kampf? Den Red? Hm, Schitter. Ja. Ich bin geslagged und bin gleich tot. Yay. Okay, den habe ich schon mal. Bye. Du bist so gültig. Der hängt gerade so fest bei dir. Ja, habe ich gemerkt. Das habe ich gemerkt. Hast du ihn boxen? Hast du ihn boxen? Ja, mache ich schon. Amin. Ich weiß nicht, ich mache vor allem was. Ich glaube, wieder was für dich oder so. Ich war da eben schon eingesammelt. Hä? Warte mal. Kannst du davon irgendwas gebrauchen? Schau nicht. Oh man, mein Tal ist wieder voll. Ja, leider gar nicht. Ich habe wieder ein Zufalles im Winter. Na, na. Alter, ja, leider, nein, leider gar nicht. Ja, aber nicht. Klasch, 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 klasch. Ja, Munition für mich. Oh, mit einer Shotgun, das ist doch Wort für mich. Dat, 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 dat gefällt mir. Ja. Okay, das gefällt mir jetzt schon nicht. Oh, ich muss nachladen. Können wir uns mal ein bisschen hier. Das war noch eine Deckung gehalten, hier. Wir müssen mal von hinten wegklaufen. Und tschüss. Nein, selbst mal Psycho. Ich bin von hochgeflogen gerade dadurch. Boah, ey, das ganze Blut, wieder ein Bildschirm. Nein, nicht auf. Ach. So, meins. Habe ich nicht gesehen. Nein. Habe ich wirklich nicht gesehen, das so. Das sieht man auch nicht in der Anzeige, ne? Habe ich nicht drauf geachtet. Ja, wie immer. Oh, oh. Ist das recht, so. Habe ich wieder in die Luft gejagt. Boah, ey, ihr kleinen Scheißer nervt. Von hinten. Du hast du gemobbt. Hm, wirklich, na, komm. Schau, schau, schau. Weil wir die hier alle im Ankommen. Sicher. Haupthaus. Besonders näfig sind die auch, ich jag mich mal selbst in die Luft. Was denn? Ja, bist du. Was denn? Große Enten ist er. Der ist das. Er brennt schon. Oh, meine Munition ist alles scheiße. Meine Munition ist alles scheiße. Meine Sniper Munition. Jetzt ist es wieder da. Nee, doch nicht. Stimmt doch mal. Ja, das ist so. Boah, ich möchte jetzt hinter mir. Ja. Ja, ich gehe drauf. Schön. Schön. Ich muss auch von mir vorbeigelaufen. Ich hätte mich schon nichts heilen können. Nein, hätte ich gar nicht. Klar. Bin auch gleich tot. Bei die Schutzschild-Wichser hier, ne? Die gehen einen Saufen. Nee, die waren uninteressant. Die waren wirklich uninteressant. Ich wollte schon sagen, du bist schmiedert, aber das ist... ...dieser Asi. Hm. Ba, ich bin auch recht tot. Und tot. Na klar, erstmal hier. Völlige Weihnachten-Granaten hier. Hörst du dir erstmal welche? Hab ich doch. Achso. Bin erstmal hier ein bisschen weggerotzt. Aber ein gutes hat das gerade. Hier kann man in Inventar lernen. Ach nee, weil sie der Warners gelandet. Ah, schon wieder down. Was machst du denn? Ja... Drauf gehen. Ja, merk ich schon. Jetzt, warte, warte. Ah, genau. Na, komm schon. Einmal noch. So. Äh. Penis. Kommando, Berserker? Ich dachte, ich warst nicht. Na, ich hab ein Kommando nur noch. Oh. Du bist satt. Aber man ist tuff tuff. Na, komm. Na, muss doch was noch geben, oder? Oder hinter. Aufn. Mhm. Jolo. Du musst nicht hier lang. Komm, ist das. Stopp. Ja, stopp, sagst du zu mir aber. Okay, dann. Bist du ein Pisser, ehrlich? Ich kann sowieso nichts einsammeln. Ach, kannst du nicht? Nein. Okay. Man nimmt die Tars voll. Oh, ganz einfach. Ähm. Ja. Ähm. Mach mal so. Kommst du? Ja, ist schon wieder voll. Wir haben neu gesammelt. Schmiss dir jetzt mal alles weg. So Sachen wegwerfen, die ich nicht brauche. Ja. Ja, das sind billige Dinger. Ja, ja, glaube nicht. Kommt aus Geld. Wir sind schon längst über der Zeit. Warte mal, ich hab doch gerade was auf. So, das war. Ich hab doch schon aufgedrückt. Aber die einen war noch billig. Was hast du bekommen? 80, 90 oder sowas? Keine Ahnung. Für die. Das lohnt sich ja gar nicht. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Ja. Ich muss ja schon vom Geld her lohnen. Ach, laber nicht. Kann ich die eigentlich kaufen. Was ist das denn? So. Ich kann weg. Die. Oh, ne Anpassung. Voll. Nicht sterben, ich brauche dein Geld. Nicht sterben, ich brauche dein Geld. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld wir noch haben. Ich habe, habe, habe 5000. Du habst schon gut. 5000. Ja, kann man auch nicht spielen, ne? Ja, kann man. Knack, 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 knack. Knack, knack, knack. Granaten. Mehl. Ich habe die hier. Hm, aber hier. Ich habe die mit Elektro-Schock. Hm, ich habe die. Weiß gar nicht, was das meine. Mein hart versuchter Explosionsschaden. Okay. So. Und die wäre eigentlich nicht schlecht, dass ich die noch nehme jetzt. Was macht die eigentlich? Sniper, Schrotflinte und MGM. Du müsst eigentlich von jedem eine Sorte drin haben. Ja, übertreibst du, weißt du? Hm? Ja, die hat ja einen Rundzylinder. Ja. Äh, warte mal. Wappel, wappel, wappel. Gibt es irgendwas Besonderes? Ne. Macht auch Feuer schade. Natürlich, ja. Ja, versuch nicht zu starten. Hehe. Munitionen hast du mir da drauf. Du kannst mich gucken. Ja, hast du da. Ja, da hast du sowieso nicht so viele von. Zum Testen immer, ne? Balle ich das immer weg. So. Was haben wir denn da? Ne, ich glaube die Klassenmodus behalte ich. Achso, die müssen wir in Sentry abnehmen. Kannst du da hin? Ne, ich wollte nichts von mir hin. Du wolltest doch benden oder nicht? War auch fern. Lass uns jetzt mal nach Sentry zurückgehen. Dann kriegst du auch ein Menü fest. Hm? Du willst da lang? Über Sentry? Ich weiß das nicht. Keine Ahnung, was schneller geht. Ich glaube, Sentry hat gar keinen. Oder? Hast du? Aber du hängst doch im Menü fest. Du warst auch auf dem zugegriffen. Ja, deswegen konnte ich da nicht. Achso. Jetzt. Ja. Deswegen, ich habe ihn verwarfen. Jawohl, Raketenwärmung, was wird bei mir angezeigt. Ne, bei mir nicht. Da hätte ich auch Bock drauf, einen Raketenwerfer. Aber die haben nur zwölf Kugeln. Sind nur zwölf Schuss. Tada. Ja. Da sind wir. Ein bisschen einsammeln. Warte mal, irgendwo das schwarze Brett. Das schwarze Brett der Taumecke. Das Schwanzbrett. Ja, die sind beide scheiße. Äh, ja. Ja, die sind beide scheiße. Gehen wir noch zum Opi. Opi, wann Opi? Was will ich? Ich will... Was hast du denn noch? Ah, nee. Save? Nee. 13. Du hast das in 8, komm. Ähm, Sniper. Komm, ich erhöhe mal noch beim Sniper bei mir. Ach. Fünf habe ich noch mal. Ich habe noch vier. Scrappy. Komm, Granate, ich um einen Platz noch mal. Ne, ich habe meinen Rucksack noch mal erhöht. Hm. Ne, ne, ne. Jetzt spielt er aber noch hier. Was denn? Vielleicht gibt es neue Video. Siehst du? Ja, vom Teufel spricht, gibt es die Video. Wie waren das? Vier. Iridium. Vier. Hm, ist ja wieder 13. Iridium. Vier. 17. Ich gehe mal wieder im Einkommen. Wenn man gerade davon gesprochen hat, ne? Ja, ich erhöhe meinen Rucksack noch mal. Jetzt kann ich... Was kann ich jetzt mitschleppen? Flash. 21 Waffen. Keine Ahnung. Nicht in den Ernst, was hast du gekriegt? Was hast du denn im Anschlag? Hm? Hast du das denn bekommen? Mit der Kombination? Hier drin gerade. Zauerei. Sprechen wir davon, Raketenwaffer. Ja, sage ich ja. Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Aber der hat viele Schaden? Oh, ging. 1800. Das geht, ne? Ja. Das ist natürlich ordentlich Treffen. Ja. Hey, noch eine Waffe. Ich habe noch keine Waffen bekommen. Oh, ich habe noch viel zu viel Kohle. Hm, 3800. Hm, 2451. Oh, plus 60. Na, tipp, tipp. Oh, guck dir das an. Aber in lila nur. Lila sind meist gut, aber. Okay. Auch aktiv gegen Schilde. Achso, auch so eine, so eine Elektrowaffe anscheinend. Kommt schon. Hm, komm, wir nehmen die hier im Fall noch. Ach, schade. Ja, man hat noch gefehlt, der nett ist. Wieso ist denn die Klappe aufgegangen und wieder zugegangen? Oh, hier. Hey. Hm. Oh, der hat aber ordentlich Wumms. Noch eine Waffe. Was sagt man dazu? Alter. Ja, ich habe die Balle. Nein, bin ich gerade selbst verletzt. Ja, hast du. Danke, das habe ich gebraucht. Keil. Nee, selber um. Kampfhund bin ich jetzt. Boah, ist schon wieder kein Iridium. Nein, zwei Iridium-Dinger. Ich bekomme manchmal nur kleine immer. Das hätte noch gefehlt eben einmal. Dann hätte ich die Iridium gehabt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Kirsch. Ja, Geld. So, ich würde sagen, wir beenden dann gleich die Aufnahme. Jo. Jawohl, was habt ihr bereits freigeschaltet? Ach, toll. Dann haben wir nochmal 20 Minuten. Mhm. Kohle. Wann haben? Um 17, ne? Ja. 17,55 haben wir angefangen. Kohle. Hm. Sniper. Nein, muss. Geht man direkt aus. Waffe. Ich hasse das immer, wenn man da nicht nochmal Iridium kriegt. Wenn man schon zwei Reihen hat und dann kriegt man doch keins. Ja. Ja, ist gut. Ja, noch mehr Kohle. Ich habe heute wieder keine Kohle mehr. Zweieinhalbtausend noch. Ja. Ich nicht. Hm. Ja, du hast wieder Geld bekommen. Ja. Alter, bekommt es auch einen Teil von mir immer. Ja. Der teilt sich ja irgendwie nachs Geld. Ich habe aber keine Ahnung wie. Ja, okay. Nein, pass auf, bumm. Pass auf, bumm. Bumm, bumm, bumm. Mein Gott. Du machst aber Blödsinn. Ich schimm mal einen. Du machst immer viel zu viel Blödsinn, ehrlich. Schotti. Zack. Du kannst es dir nicht leisten. Oh, oh, oh. Ich kann es mir nicht leisten. Warum nicht? Hast du wieder kein Geld? Nö. Oh, du arme Junge. Kannst verkaufen gehen. Ja, kann ich. Wenn ich Lust habe. Ich kann auch. Was soll das Moni dann? Sieben, sieben, sieben und keine Wehrkraft. Wie viel Radium habe ich denn? Siebzehn Stück. Dann kaufe ich mir nochmal einen Platz im Rucksack. Hm, ein schlechter. So. Das ist ein Klassenmodus. Kiersch, kiersch, kiersch. Kiersch, kiersch, kiersch. Ich kann auch. Klassenmodus drin. Horizontschaden. Und. Oh. Na, das haben wir da. Nix. Okay. Die behalte ich. Ich tue, ich schiebe mir so um. Äh, die kann weg. Oh. Die. 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 Die hat natürlich ordentlich Wumms. War zu schnell. Ich könnte ja meine Klassenmodus verkaufen, aber will ich irgendwie gar nicht. Doch, die würde ich... Ja, du brauchst sowieso noch einen. Ja, ich weiß. Aber wenn ich mal wechseln will wegen Waffe und so. Was war denn nochmal beim Borderlands-Zeichen? Was hat man denn da nochmal bekommen? Ich weiß das gar nicht. Das weiß ich nicht. So. Ja gut, das machen wir jetzt noch zu Ende. Ein bisschen zocken. Ding, ding, ding. Ah, noch ne Waffe. Ich geh ihn auch nochmal verkaufen. Was soll ich denn dafür ne Waffe bekommen? Ich hab neun Iridium schon wieder. Sniper. Das blöde ist, du hast hier nicht die Erhöhung für den Rucksack. Ich glaub den bekommen wir irgendwann später. Wie? Dass wir vier Waffen nehmen können, ne? Ja, das dauert ja noch. Ah, ne Waffe. Aber... Braue ich nicht mehr, braue ich nicht mehr, braue ich nicht mehr. Wie weit bist du? Im Verkaufen? Hm, gleich fertig. Achso, das ist genau das, braue ich noch. Okay. Muss mich grad aufpassen, was ich verkaufe. Hm. Das musst du. Boah, diese Waffen, die wir bekommen haben, die schmeiß ich weg, diese lilanen. Obwohl, die kann ich in den Tresor reinpacken. Du kannst es dir nicht leisten. Du kannst es dir nicht leisten. Du kannst dir auch nichts leisten. Nein, nein, aber wir haben gesagt, du bist fertig. Einmal wollte ich nicht noch. Ich hab nur ein bisschen Kohle. Ja, dann verspiele ich die ganze Kohle hier. Denn schon, denn schon. Hast du noch was? An Geld? Nö. Okay, dann benutze ich beide Automaten. Können wir verkaufen. Also raste noch mit dem Raketenwerfer aus. Ich noch. Ich doch nicht. Na. Na, auf der anderen Seite. Das kann ich nochmal spielen. Weil du grad Kohle bekommen hast. So. Oh, oh. Komm, nochmal Geld bekommen. Ich muss schon nochmal spielen. Hier ist Waffe. Zweimal Waffen bekommen. Ja. Ich hab keine Munition mehr. Mh. Ärgerlich. Da komm, dann lass uns mal jetzt die Aufnahme werden. Ja. Dann würden wir sagen, bis zum nächsten Mal bei Borderland 2. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.